Ja, hi Freunde, bevor das Video startet, könnt ihr gerne mal bei zwei Kollegen von mir vorbeigucken, beziehungsweise einen Kollegen, das ist einmal Thorsten der Alanianer, der dokumentiert seine Auswanderung in die Türkei. Ist ganz interessant. Und dann könnt ihr auch gerne mal bei Samantha ein Abo dalassen, wenn ihr möchtet. Die macht Gameplay-Videos, macht das auch ganz gut. Und dann fangen wir hier mal an. Wir haben zu Beginn das Junior Stars aus meiner Einkaufstour. Ich war auch leider nur beim Edeka erfolgreich, alles andere verkauft nichts oder hat noch nichts ausgestellt. Werde ich morgen nochmal vorbeischauen. Wir haben hier das Junior Stars für insgesamt 4,86 Euro gekauft. Wir haben hier 50 Knall-Erbsen, 10 große Knall-Erbsen, 3 dicke Brummer, 5 tolle Bienen und 8 Donnerblitze. Eine NEM von insgesamt 33 Gramm. Wie gesagt, der Preis knapp 5 Euro, ist schon ein bisschen happig, muss ich an der Stelle sagen. Ist aber Komet, da ist alles irgendwie teurer. Leider. Dann kommen wir zum Pyro-Kids. Über 150 Teile, hat mich gekostet. 5,99 Euro, da ging irgendwie nicht die Mehrwertsteuer runter, ist aber auch egal. Wir haben hier drinne 2 Pakete tolle Bienen, Riesen-Knall-Erbsen, 100 normale Knall-Erbsen. Davon habe ich ja noch nicht so viele. Kappa. 3 dicke Brummer, 2 Baby-Vulkane, die finde ich alle recht süß eigentlich. Partyknaller nochmal und 40 Wunderkerzen. Eine Gesamt-NEM von insgesamt, wo steht es? 68 Gramm, hier oben steht es. Ja. Preis hatte ich ja gesagt. Dann kommen wir zum größten von diesen eingepackten Sets. Das ist das Looping. Looping hat mich 6,81 Euro gekostet. Wir haben hier wieder mal 20 Knall-Erbsen. Nochmal 50 Knall-Erbsen dazu. 10 Gold-Wunderkerzen. Color-Spinner, also Kreisel. Dann ein paar Bienen nochmal. Dicke Brummer. Partyknaller. Wunderkerzen. Noch mehr Partyknaller, denke ich mal. Oder was auch immer das ist. Irgendwelche... Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Cut 1 ehrlich gesagt nicht aus. Nochmal 60 Knall-Erbsen insgesamt und ein paar Luftschlangen. Luftschlangen sind eigentlich ganz cool. Insgesamt haben wir NEM-Masse von hier 128 Gramm. Für die, die es interessiert. Jetzt ist der Zettel fast weggeflogen. Das ist nicht so gut. Ich sortiere das hier oben gerade schon mal ein bisschen zusammen. Nicht wundern. Dann haben wir hier für 6,81 Euro ebenfalls 3 Vulkane, 2 Fontänen. Das Set nennt sich Firekits XXL. Oh, shit. Ja. Eine NEM von insgesamt 36 Gramm befindet sich hier drinnen. Die Teile sind auch schon recht groß, habe ich gesehen. Ja. Die sind teilweise echt so groß wie aus dem Leuchtspektakel, die Vulkane. Aber haben nur eine NEM von 7 Gramm. Na, Fokussier-Handy. Dankeschön. Ja. Genau. Da haben wir drei Stück drin. Jeder Artikel hat hier 7 Gramm. Hier, das sind die Fontänen. Sehen ganz cool aus. Ist auch gut verarbeitet, so eigentlich. Ja. Wie gesagt, 6,81 Euro gab es alles beim Edeka. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Set, wenn ich das hier mal wieder zu kriege. Dankeschön. Ähm, wo stellen wir das denn hin? Das stellen wir hier oben mit zu. Kommen wir zum Feuerwerksschatz. Über 275 Teile und davon sind wahrscheinlich 200 Wunderkerzen und Knallerbsen. So, was haben wir hier? Also, wir haben hier einmal Knallerbsen, dann nochmal 50 Knallerbsen, 4 Partyknaller. Darunter befindet sich nichts mehr. Weil es so schön ist, haben wir hier gleich nochmal 20 Knallerbsen. Hier sind die... Boah, das riecht so geil, ne? Oh, geil. Dann haben wir hier dieses Smile Pagoda. Mini Vulkane, zwei Stück insgesamt. Zwei Rollen Luftschlangen. Dann haben wir hier nochmal Vulkane. Haben wir insgesamt zweimal hier drin. Das andere versteckt sich hier drunter. Dann haben wir hier nochmal tolle Biene. Hier noch zweimal tolle Biene. Hier sind dicke Brummer einmal, zweimal, dreimal. Haben wir hier nochmal... Yay, nochmal unerkenner Herzen. Ja. Genau, das war's dann auch. Also, hier sind allein schon mal 270 Sachen, von denen man, ja, gut 150, 200 nicht so wirklich zündet. Ja, ich richte euch das hier gerade nochmal an. Könnt mir gerne in eure, ja, vor allem in eure Kommentare schreiben, in meine Kommentare schreiben, was ihr euch gekauft habt, was ihr genommen habt. Könnt mir auch gerne per Instagram Bilder zukommen lassen. Ja, hier haben wir den Gesamtpreis, 37,13 Euro, die Artikel. Genau. Ja, dann, wie gesagt, lasst mir gerne noch ein Abo da. Abonniert meine Kollegen. Ja, lasst mir ein Like da. Teilt auch gerne das Video. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, das ich jetzt produzieren werde, und zwar meine Gesamtübersicht. Und, ja, dann sehen wir uns gleich wieder, bis dahin, tschüss.